Freunde, wir testen uns heute durch die neuen Sorten von Blackburn. Und zwar sind hier zwei Drops an neuen Sorten drin. Den ersten habe ich auch schon an. Ich habe den Black Mary Lemonade gerade im Köpfchen. Aber wir haben noch ein bisschen mehr. In dem Paket war erstmal noch so ein kleines Booklet. Da stehen aber nur die alten Sorten drin, die es gab. Also es ist einfach so eine Sortenübersicht. Stehen alle Sorten nochmal ein bisschen erklärt. Aber tatsächlich nicht mit den neuen Sorten. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann hatten wir drin ein Shirt von Blackburn, aber ein XL. Ich bin jetzt nicht so der XL-Mensch. Muss ich mal gucken, ob ich da reinpasse. Ansonsten verschenken wir es vielleicht auf der Messe oder so. Und dann haben wir acht neue Blackburn Flavor. Wir haben den Black Mary Lemonade, den ich schon drinne habe. Den Melon Halls. Den Something Mary. Den Malibu. Den Pear Lemonade. Den Lemon Shock. Den Pinch Killer. Und als letztes noch den Mamgo. Wir haben als erstes den Black Mary Lemonade hier an. Soll also eine Brombeer Limonade sein. Ich zeige euch erstmal die Rauchentwicklung. Gebaut habe ich das Ganze übrigens im Cosmos Shot. Rauchentwicklung ist sehr nice. Geschmacklich. Wenn wir über Brombeere reden oder wenn ich über Brombeere rede, habe ich immer einen Flavor im Kopf. Und das ist natürlich direkt der Blurry. So, und da gab es eigentlich immer nur zwei. Und das war einmal der Blurry. Und dann gab es noch den, der Black Bee von Darkside. Und der Black Bee war was komplett anderes. Und dann gab es noch den Eino Black. Und der Eino Black war auch was komplett anderes. Wenn wir jetzt diese drei Sorten, die es also gibt an Brombeere in Deutschland, miteinander vergleichen. Und dann die vierte neue Sorte mit Black Mary Lemonade dazunehmen. Ist es fast die Sorte, die am nächsten dran ist an Blurry. Aber nicht eins zu eins. Man merkt schon krass den Unterschied zwischen einem Must-Age Grundtabak und jetzt einem Blackburn Grundtabak. Der krasseste Unterschied ist aber, er hat diese Süße von der Brombeere, die auch der Blurry extrem gut rüberbringt. Mit einem Twist. Er hat noch so eine saure, spritzige Note mit dabei. Das heißt, ich würde fast sagen, der ist so eine Art Mischung aus dem Must-Age Blackberries. Also dem alten Blurry und dem Black Bee von Darkseid. Die zwei gemischt würden dann praktisch den Black Mary Lemonade ergeben. Aber, da ich den Blurry ja schon übertrieben feier und generell Brombeere liebe. Der Flavor ist für mich auch eine 10 von 10. Also jetzt kann man einfach noch mehr Brombeere rauchen, ohne dass es einem langweilig wird. Bei mir läuft praktisch jetzt dann in Dauerschleife Blurry, Black Mary Lemonade und der Eino Black. Weil den gibt es ja auch als Darkbind und Virginia. Das ist übrigens immer noch die beste Virginia Variante. Also wenn jemand Bock auf Brombeere hat, dann den Eino Black Ice nehmen. Aber sehr stabile erste Sorte. Ist nice. Läuft. So, als nächstes machen wir uns den Malibu von Blackburn. Das soll ein Erdbeere-Sahne-Bonbon sein. Hör ja, ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch den Nahten toll. Voll reingepackt. Und ich muss auch sagen, ich finde den Namen dann nicht so geil gewählt. Wenn ich Malibu höre, dann denke ich an exotische Früchte und nicht an sowas Cremiges. Ich weiß nicht, warum der Name Malibu gewählt wurde. Locker, fluffig einfach rüber hier in die Cosmo X New. Und dann wahrscheinlich so Pi mal Daumen. 10 Gramm sollten da passen. Boah, das ist sogar... Ja, doch. Guck mal, das sind schon... Das sind erst 9,2. Aber wenn ich das auf Abstand rauchen will, dann war es das, glaube ich, auch schon an Tabak, was wir brauchen. Also eigentlich müsste man die Cosmo X New jetzt Supershot nennen. Bei mehr Tabak brauchen wir da schon gar nicht. Ja, 9,2 Gramm haben wir drin. Also sparsam ist die wirklich wie Sau. So, und das war es auch schon. Tabak locker fluffig rein, kleines bisschen verteilt, nicht angedrückt. Und dann sind wir durch mit dem Malibu. So, wir schnuppern nochmal an dem Malibu. Der soll ja, wie gesagt, sein Erdbeer-Bonbons. Also er riecht fruchtig, er riecht sämig nach Sahne. Aber ob ich da per se direkt Erdbeere rausgerauchen hätte, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, er hat sowas fruchtig, süßes, aber auch sämiges. Und ja, wenn man dann ein paar Mal dran riecht und man das weiß mit diesem Erdbeer-Campino-Bonbon-Vibe, dann kommt man da schon drauf. Wir rauchen gleich an und dann gucken, wie er schmeckt. Das ist eh viel wichtiger. Also, nee. Der schmeckt schon so wie die Campino-Bonbons. Er soll ja nach den russischen Malibu-Bonbons schmecken. Daher wohl auch der Name, wie uns der Eugen erzählt hat. Ich weiß nicht, ob die russischen Bonbons auch diese komische parfümige Note haben. Die Campino-Bonbons haben die nicht. Der Tabak hat die schon. Also der Tabak, er schmeckt dauerhaft nice nach diesen Campino-Bonbons, aber hat immer so eine komische parfümige Note mit dabei, die ich irgendwie nicht so geil finde. Nee, also der hat immer... Nee. Der schmeckt wie Campino-Bonbons, aber du lutscht dieses Campino-Bonbon, während du neben deiner Oma stehst und die hat wieder ein bisschen zu viel von ihrem Parfüm benutzt. So schmeckt der Tabak leider für mich. Kann ich nichts anderes zu erzählen, ne? Also die Campino-Note geil. Für Leute, die sowas hardcore feiern, maybe trotzdem was. Aber für mich in dem Fall, weiß ich nicht, ne? Also ich sag's einfach so, ich würde mir keine Dose mehr von holen. Fertig. Luis sagt, find den lecker, aber lieber was mit was Herben gemischt, dann ist der geiler meiner Meinung nach. Bis dato aber nur im Funnel geraucht. Vielleicht kommt der auch im Funnel ganz anders rüber. Vielleicht ist der in Mischungen auch tatsächlich geil, aber so pur für mich jetzt im ersten Eindruck, ne? Und dann gucken wir mal, was der Lemonholz so kann. Der sieht irgendwie feuchter aus als die anderen, kann das sein? Kommt euch das auch so vor? Guck mal. Weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht halt mit Schwarz auf Schwarz, aber der kommt mir irgendwie ein bisschen feuchter vor als die anderen. Geruchlich aber auf jeden Fall schon mal sehr intensiv. So, dann einfach locker fluffig rüber. I guess wieder so Pi mal Daumen 10 Gramm. So easy, so schnell geht es. Und Mut drauf, Abfahrt. So, der Melonholz läuft jetzt bestimmt schon 15, 20 Minuten. Ich zeige euch nochmal Rauchentwicklung, aber da hat sich im Vergleich zum letzten natürlich nicht so viel geändert. Also läuft butterweich, kein Drücken, kein Kratzen, schöne Rauchentwicklung. Vom Geschmack ist das Ganze tatsächlich wie im Geruch das eben auch war. Also du hast dominant eine Honigmelone, die ist allerdings geschmacklich etwas weniger dominant, als sie beim Geruch noch war. Aber immer noch im Vordergrund die Honigmelone. Und dann hast du so eine Wassermelonen-Eisbonbon-mäßige Note im Abgang. Und das macht es für mich persönlich tatsächlich sehr, sehr geil rauchbar. Also obwohl ich kein Melonentabak-Fan bin, den kann ich echt sehr angenehm rauchen und ist lecker. Also ist wild. Also ich bin überrascht, ne, in letzter Zeit. Vielleicht muss ich nochmal mehr Melone probieren. Aber wir hatten jetzt einige Melonen-Flamer, die mir tatsächlich ganz gut gefallen haben. Also bis jetzt, der Black Mary, für mich der absolut geilste. Brombeere trifft halt genau mein Ding so. Der Malibu war nicht so meins, aber jetzt der Melonholz wieder sehr nice. Nicht so krass und vor allem für eine Melone, maybe mein absoluter Lieblingsmelone, weil er halt sehr untypisch für Melone ist. Aber trotzdem leckerer Tabak. Finde ich gut. So, und der letzte Flavor, den wir heute testen. Pear Lemonade. Eine Birnenlimonade. Geruchlich. Ja, 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 usa, Digga. Kennt ihr diese krass beißende Note bei Birnen und anderen Früchten? Das ist so wieder diese Bastelklebernote. Also die ballert, die ist stark am Start, aber riecht geil. Also mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Und deshalb würde ich sagen, Kaufbau-Time. Selbes Prinzip. Erstmal Tabak ein bisschen auflockern, ein bisschen umrühren. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich die Sevilla noch nicht gewogen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel da so reinschaufeln. Mal gucken, was da so reingeht. So, das wären schon 12 Gramm. Das reicht noch nicht ganz für den Kopf. So, ich würde sagen, das ist eine ganz angenehme Menge für den Kopf. Und was haben wir drin? 13,4 Gramm. Ist fair. Also ist trotzdem schön sparsam, würde ich sagen. Alright. Das ist unser Kopfbau für den Pear. So, Freunde, der Birne läuft auch schon wieder 20 Minuten oder so. Rauchentwicklung. Der Birne läuft gefühlt sogar smoother und besser als die anderen. Maybe ist auch, wir rauchen gerade mit dem Hucain Sevilla Kopf. Habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht bis jetzt gerade. Vielleicht ist es tatsächlich auch der Hucain Sevilla, der den noch ein bisschen smoother wirken lässt. Aber der läuft auf jeden Fall butterweich. Der Flavor ist ganz schwierig zu beschreiben. Es ist ein sehr einzigartiger Birnenflavor. Es ist ein sehr frischer, kühler, leicht bitterer Flavor. Aber nicht störend bitter, sondern nice bitter, finde ich. Er hat definitiv auch süße Noten und er hat kalte Noten. Die Birne an sich ist... Also es wirkt wie eine Williams-Birne, aber ohne störende Alkoholnote. Ganz besonders, ganz einzigartig. Habe ich so noch nie geraucht. Auch nicht mal ansatzweise. Es ist wirklich ein absolut einzigartiger Birnenflavor. Der mir aber extrem gut gefällt. Also vielleicht den Hauch einer Alkoholnote in dem Williams-Birne mit drin. Aber wirklich nur Hauch und keinesfalls störend. Ich bin ein bisschen Bambuse. Das fällt mir nicht so oft schwer, Tabak-Flavor zu umschreiben. Aber bei dem schon ein bisschen. Und ich würde sagen, am nächsten komme ich ran, wenn ich sage, eine leicht kalte, also auch nicht so minzige oder so, sondern wirklich einfach nur eine Kühle, als ob da so ein Hauch Supernova mit drin wäre. Ein Hauch von Kühle, eine süße Birne im Vordergrund, gefolgt von einer reifen, aber nicht übersüßen Birne. Ganz verrücktes Ding, aber auch ein geiler Flavor. Und wer für mich von allen, die wir jetzt probiert haben... Also es ist der, der mich am krassesten positiv überrascht hat. Aber Brombeere gefällt mir overall immer noch einen Ticken geiler. Aber auch ein... Also das ist auch ein sehr starker Flavor. Wirklich ein sehr, sehr starker Flavor. Alright. Das waren die ersten vier von den neuen Blackburn-Sorten. Starkes Ding.